Hallo zusammen für ein neues Video über Dungeon & Dragon Castle Never aus Lego. Meine Version von Castle Never aus Lego aus dem Film Dungeon & Dragons Serie Unterdieben. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr von dem neuen Format hier haltet. Würde mich darüber freuen, lesen zu können, um mit euch in Kontakt zu treten. Vor allem, was wir auch noch in Dungeon & Dragons hier mit aufnehmen können für Ideen, wie wir irgendwas das ein oder andere umsetzen können. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dieses Mal rücken wir erstmal den Entwurf näher an die Kamera hin, weil die steht ja fest auf einem Stativ installiert, damit ihr natürlich besser verfolgen könnt, was ich da zusammenbaue. Heute werde ich als weiteren Platzhalter ein bestehendes Objekt mit einbauen, und zwar einen Leuchtturm, den ich bekommen hatte, mal von Rio Bricks. Den werde ich jetzt mal in der Mitte, wo der Turm, den soll dran setzen, oder besser gesagt rauf setzen, dass wir hier einfach mal die Größe auch vom Durchmesser sehen und es entsprechend dann irgendwann hoffentlich anständig anpassen können. Außerdem wird es einfach mal weitergehen, die Grundrisse nach links weiter bauen. Wir werden uns einfach jetzt mal die hellgrauen Mauersteine hernehmen, die 1x2er-Steine, und die einfach mal in die Höhe setzen, was ich so gemessen habe. Wenn ich mich daran erinnere, das Set, das 3-in-1-Set, diese 31-120, die Burg von Lego, das ist ja, glaube ich, 22 Steine hoch, dass wir so ein bisschen ein Maß haben, in welche Richtung, in welche Höhe wir bauen können. Irgendwo muss ich sie noch in meinem Lager stehen haben, die werde ich dann demnächst auch mit dazu integrieren. Die Idee war hier, das Tor hier auf jeden Fall mit reinnehmen, dass in die Schlossanlage oder Burganlage geht, damit wir hier ein Maß und eine Konstruktion haben, an der wir uns entsprechend entlanghangeln können. Übrigens, lasst mir einfach einen Kommentar unten da. Schreibt mir rein, was ihr von diesem neuen Format haltet. Denn ganz klar ist eins, ich habe keinen Plan von Dungeon & Dragon, geschweige dann, wie man eine Burg baut. Ich muss da jetzt gerade wirklich mit euch hineinwachsen und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen und wäre natürlich dankbar über das ein oder andere Kommentar mit Ideen, was man machen könnte, umsetzen könnte, strukturtechnisch, wenn nur Mauersteine aufeinander stecken. Wie ihr seht, ist dann doch schon ein bisschen langweilig, auch von der Optik her. Doch ich denke mal, wir werden mit dem Projekt auf jeden Fall wachsen und am besten über uns hinaus. Was ich natürlich auch wissen will von euch, das ist ganz klar. Was sind genau Milzplatten? Klar, das sind Platten. Unten ist logischerweise die Baseplate. Dann kommt ein oder zwei Lagen Bricks drauf und dann packen wir dort Plates drauf. Doch für was ist das wirklich gut? Ich sehe das immer. Ja, der eine oder andere macht das natürlich modular, dass man es zusammenstecken kann oder unter Umständen irgendwo auf einer Ausstellung mitnehmen könnte. Doch im Prinzip kann man das doch eigentlich auch mit Baseplates machen. Wenn man das strukturiert oder anständig zusammenbaut, müsste das doch auch funktionieren. Ja, wir werden sehen, was genau geht oder nicht geht. Ich habe das dann beispielsweise bei Klemmbaustein Olli gesehen. Grüße gehen raus. Er macht die Burg oder die Burganlage Sir Percival und da sind ja teilweise zwei, drei Bricks aufeinander gestellt und dann kommt eigentlich dann erst die Landschaftsstruktur oder die Burgstruktur drauf. Das ist natürlich schon sehr, sehr faszinierend und ich denke mal auch inspirierend, um das einfach mitzunehmen, was könnte man aus dem Castle Never oder für das Castle Never hier machen, aus dem Film Dungeon & Dragon. Ja, wie ihr wisst, also Richtung April kommt ja Lego mit einem Modell in der Ideas Serie raus. Da bin ich mal wirklich gespannt. Mal gucken, ob ich mir es direkt gleich holen kann oder werde in dieser Richtung. Für die erste Zeit in der Back of your car we passed out counting stars promised all these years leave back our things and disappear I never thought I would see you here after all this time means das ist nie Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I am so much more than my mistake 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020